Wollte mal ein Trick mit den Mädels vielleicht mal sagen, was da ist? Zeig doch mal, was angeht! Sonst sagt der Film ja richtig... Eden Bufall, auch 60. Vater Elektriker betreibt einen kleinen Eisenbahnladen. Seine Mutter ist Kassiererin. Ganz ruhig, ganz ruhig bleiben. Wir sind jetzt bei dir. Was macht ihr hier mit mir? Wir kriegen das alles hin. Nach der Explosion hat ihn keiner mehr gesehen. Er ist einfach so verschwunden. Eine Bombe weiß ich. Was? Ich habe eine Bombe weiß ich. Ihr Sohn wird nicht vermisst. Er ist auf der Flucht. Petri 1, Petri 1, antworte! Wieso nach Berkem? Willst du flüchten? Wir wissen bereits, dass er einer der Täter ist. Ich tue, was Allah von mir verlangt. Petri 1, antworte! Weißt du, Hishan, wir haben hier eine Menge Schlaftabletten. Petri 1, kommen! Wenn du also fliehen willst, musst du uns nicht tüten. Petri 1, bitte kommen! Warten Sie! Töten Sie ihn nicht! Beruhig dich, was machst du? Sie mit Jamm! B Assiert und ет Steg! Es geht nicht! Demdelt genug! B hör auf! Guckt! ARD Text im Auftrag von Funk